James Gunn verriet, dass er, für immer dankbar, für die, Güte und Freundlichkeit und Liebe, sei, die er bei den Dreharbeiten zu seinem neuen, Superman, Film erfuhr. Der Filmemacher erzählte, dass er die Arbeit an dem Projekt, in dem David Korongwe als Superman, Clark Kent und Nicola U. als Lex Luthor zu sehen sind, abgeschlossen habe. In einer emotionalen Nachricht auf seinem Account auf Instagram drückte Gunn seine Dankbarkeit für die, Reise, aus und schrieb, und das war's. Gott segne unsere Besetzung und Crew, deren Engagement, Kreativität und harte Arbeit dieses Projekt zum Leben erweckten. Ich nahm mir vor, einen Film über einen guten Mann in einer Welt zu drehen, in der es nicht immer so gut ist. Und die Güte und Freundlichkeit und Liebe, die ich täglich am Set erlebte, haben mich inspiriert und mich weitergebracht, als ich mich zu erschöpft gefühlt habe, um alleine weiterzumachen. Der Regisseur fügte hinzu, das Ziel war Superman, aber die Reise bestand aus der Mühe und dem Lachen und den Emotionen und Ideen und der Magie, die wir am Set miteinander teilten, und dafür bin ich auf ewig dankbar. Fahim Fasli, der zum Superman-Cast gehört, kommentierte den Beitrag des Regisseurs, um ihm für all seine harte Arbeit zu danken.